herzlich willkommen meine damen und herren geht ihnen das auch auf die nerven dass ihnen ständig gesagt wird was sie tun und lassen sollen gestern bei einem nachrichtendurchlauf am zweiten feiertag da stieß ich auf eine formulierung über die ich mich erst mal aufgeregt habe die deutschen müssen und dann habe ich mir gedacht die deutschen müssen gar nichts ich habe aber mal mit diesen drei suchworten bei google eine suche gestartet und siehe da es kommt unglaublich viel was wir deutschen tun müssen wir bekommen tag ein tag ausgesagt wie wir uns zu verhalten haben die beiden jüngsten äußerungen die uns gut im gedächtnis sind sind die des bundespräsidenten der hat ja über die feiertage gesagt die deutschen müssen mehr verantwortung aufnehmen was die flüchtlinge angeht und dann haben wir von Herrn schäuble diese äußerung gehabt die deutschen müssen für den klimaschutz ihr leben verändern wir müssen wir müssen aber es geht ja viel weiter ich habe noch viele weitere beispiele gefunden die bevölkerung und die klimakrise hieß es ihr in einem bericht zukunftsforscher deutschland braucht einen ruck wir müssen uns einen ruck geben offenbar tun wir zu wenig sind zu desinteressiert und lassen uns nicht mobilisieren die deutschen müssen ihr sparverhalten ändern das sagt der leiter der finanzmarkt abteilung beim internationalen währungsfonds wir sparen offenbar falsch das wird uns ja immer wieder in den medien auch gesagt so und dann gibt es nicht wenige die wollen dass wir auch langsamer fahren wir müssen langsamer fahren tempo 130 dafür macht sich die spd jetzt wieder mal stark ein bericht unter anderem in autobild aber diese forderung geht noch viel weiter die deutschen müssen müssen das auto loswerden das haben wir unlängst mal in der zeit gelesen also die forderung die da immer wieder erhoben werden die reichen manchen gar nicht die deutschen müssen zeigen was ihnen europa wert ist ja seit jahren seit vielen jahren zahlen wir viel geld an die eu gegen unseren willen oder den willen der mehrheit in diesem land das ist zumindest mein eindruck und dann wird noch vom eu haushaltskommissar von johannis jahren gesagt dass deutschland mehr entgegenkommen zeigen müsse da wird auch eine genaue zahl genannt eine hausnummer sozusagen 6,3 milliarden euro das stand in der zeit mehr könne das land gut verkraften dann haben wir eine aufforderung des leitenden wirtschaftsredakteurs bei der welt holger chapitz der spricht oder der schreibt über die geldanlage darum müssen die deutschen die aktie lieben lernen tja liebe welt wir hatten die new economy zu beginn des vergangenen jahrzehnts die brach dann in sich zusammen da haben millionen von leuten geld verloren die in aktien von jungen unternehmen investiert hatten dann haben wir die finanzkrise von 2008 gehabt da haben wieder viele leute viel geld verloren ich kenne so viele die sich die finger verbrannt haben und wir wissen auch vom deutschen aktieninstitut dass wir heute ein paar millionen aktionäre weniger im land haben als zu beginn des vergangenen jahrzehnts und die wissen genau warum sie da vorsichtiger geworden sind dann lasen wir kürzlich in der badischen zeitung die deutschen müssen runterkommen von der zuschauertribüne also irgendwie sind wir den journalisten zu passiv zu zurückhaltend und mischen uns nicht so ein in die dinge wie das die journalisten im mainstream gerne sehen würden dann haben wir in der ard das habe ich hier noch gefunden wie die deutschen wegen der ezb politik umdenken müssen also wir müssen uns da an die null zins politik und die jetzt um sich greifenden negativzinsen anpassen und nicht umgekehrt die ezb macht hier etwas was in meinen augen verwerflich und kriminell ist und raubt uns die grundlage zum sparen zum beispiel für das alter und dann wird noch gesagt wir müssen uns an diese politik anpassen nein die ezb muss zur vernunft kommen so wie wir künftig wohnen hier geht es um hohe mieten und knappen wohnraum und da wird gesagt das habe ich in der faz gefunden die deutschen müssen zusammenrücken also da ist jahrelang schlecht und wenig investiert worden miserable wohnungsbaupolitik es gab auch offenbar zu wenig anreize wohnungen zu bauen wenn man jetzt die diskussion um den mietendeckel sieht auch in berlin vor allem dann ist ja ganz klar warum sich da investoren zurückhalten und dann wird noch gesagt ja jetzt müsst ihr halt enger zusammenrücken das heißt ihr deutschen müsst mit weniger wohnraum zurecht kommen und dann lese ich noch auf twitter von bushra harak ich zitiere das mal komplett die redewendung da hast du schwein gehabt ist eine mikroaggression die gezielt muslime und veganer in klammer progressive kräfte in unserer kultur angreift man sollte das verbieten ja weg damit ja das geht nicht und so weiter aber was ich mir hierzu aufgeschrieben habe diese redewendung stammt schon aus dem mittelalter angeblich von sport wettkämpfen wo der verlierer der letzte ein schwein als trostpreis bekommen haben soll leuchtet mir nicht ein ich glaube das auch nicht weil schweine sind zu wertvoll um sie als trostpreis bei wettkämpfen zu vergeben ich glaube eher dass das vom kartenspielen kommt ich bin kein kartenspieler schon gar kein passionierter aber ich weiß und habe mitbekommen dass in manchen karten spielen das ass als die sau bezeichnet wird also wer das ass hat der hat glück gehabt der hat die sau gehabt so kann man sich das in etwa vorstellen aber mit einer abneigung gegen bestimmte religionen hat das überhaupt nichts zu tun so dann haben wir noch wer länger lebt kann auch länger arbeiten das haben wir in der süddeutschen gesehen also jetzt wird auch verlangt dass wir länger arbeiten die bundesbank hat das ja vor ein paar wochen auch in einem bericht gebracht und die zeitungen haben es willig aufgegriffen damit müssen wir uns auch anfreunden fürchte ich dann die deutschen müssen bei laune gehalten werden lesen wir in der taz was unterscheidet den bürger vom affen diese frage wird tatsächlich im vorspann dieses berichts gestellt und das sagt doch einiges über das bild das zeitungen von ihrem publikum haben in diesem unserem land und dann sage ich mir wenn wir solche politik im land haben dann wird das nichts damit uns bei laune zu halten ganz bestimmt nicht 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 nichts nicht es nicht nicht